So, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal ein Informationsvideo. Es dreht sich um die Frage, welchen Metatrader 5 braucht man denn für das Bluepower Template V3? Ich zeige dir meinen Metatrader 5, wo ich ihn heruntergeladen habe. Ich bin sehr zufrieden und wie man das Template überhaupt auf dem Metatrader 5 bekommt. Also zuerst einmal für die ganzen Neuen die Frage, was ist überhaupt der Metatrader 5? Der Metatrader 5 ist hier die Handelsplattform bzw. die Chartanalyse-Software. Wir benutzen das als Chartanalyse. Hier im Metatrader wird der Kurs abgebildet und unser Template hier sind quasi alle Indikatoren, hier die Wahrscheinlichkeiten, der Signalgeber und so weiter. Ja, also ein nackter Chart sieht so aus. Ja, man erkennt nichts. Mit unserem Template erkennt man schon vieles mehr, jetzt mal grob gesagt. Also der Metatrader 5 generell ist kostenlos und man kann sich in jedem Metatrader 5 ein kostenloses Demokonto erstellen. Vorher war ich bei ActiveTrades, sieht man auch immer in meinen letzten Videos, da war ich noch bei ActiveTrades aktiv. Neuerdings bin ich aber zu XM gewechselt. Ich bin sehr zufrieden. Der Server und der Ping ist sehr schnell. Das ist einer der Hauptgründe. Ein weiterer Hauptgrund für mich war, dass XM auch Bitcoin, US-Dollar und weitere Kryptowährungen anzeigt. Das konnte ich bei ActiveTrades noch nicht sehen. Hier haben wir zum Beispiel Bitcoin, US-Dollar. Und jetzt kann ich hier auch schön den Bitcoin mit unserem Template analysieren. Wenn ihr auch den Metatrader 5 von XM benutzen wollt, dann gebe ich euch gerne den Link in der Beschreibung, den Download-Link. Wie gesagt, ist absolut kostenlos, wir kriegen keine Provision oder so. Du kannst ein kostenloses Demokonto erstellen, ohne Erstentzahlung und so weiter. Und dann kannst du dann dieses Template draufladen. Deswegen zeige ich das jetzt nochmal schnell in einem Video. Also ich habe die neuen Indikatoren bzw. das neue V3.1 Elite-Signal jetzt auch in einem Template zusammengefasst und hochgeladen auf train.eu. Vorher konnte man das Blueport Template V3 herunterladen mit dem alten V3 Elite-Signal und hat sich das V3.1 Elite-Signal separat heruntergeladen. Jetzt habe ich beides in eins gepackt und aktualisiert und hochgeladen mit den neuesten Einstellungswerten. Und so wie ich das habe, habe ich es hochgeladen. Also die Einstellungen sind brandaktuell. Du kannst das herunterladen auf traden.eu, Downloads und dann auf jetzt herunterladen. Um es herunterladen zu können, brauchst du den V3 Elite-Status. Wie du ihn bekommst, das erfährst du detailliert unter www.traden.eu-v3. Oder auf der Webseite ist hier auch ein großer Bluepower-Template V3-Button. Den sehe ich jetzt nicht, weil ich schon V3 Elite-Status bin. Alles klar, wenn du es heruntergeladen hast, das habe ich schon. Dann öffnest du den Ordner. Und hier hast du eine Installationsanleitung mit bei. Die sieht so aus. Ich zeige es dir aber noch schnell im Video, wie das funktioniert. Und zwar öffnest du dann Bluepower V3.1 Elite und dann musst du den MQL5-Ordner kopieren. Er kopiert hier gleichzeitig auch alle Dateien aus den Unterordnern, sodass du das nicht einzeln hinzufügen musst. Du brauchst nur den groben MQL5-Ordner zu kopieren. Dann gehst du auf XM, Datei, Datei-Ordner öffnen. Und hier siehst du schon den MQL5-Ordner. Du kopierst den MQL5-Ordner, den du eben hattest, hier herein. Und integrierst ihn. Genau. So. Jetzt sind alle Dateien auf dem richtigen Platz. Dann Schritt 2. Du musst deine MetaTrader5-Nummer, die steht oben links, 4336895 ist es in meinem Fall, in dein Trading.eu-Profil eintragen. Das hat Lizenzgründe, das funktioniert halt nur mit deinem Trading.eu-Account V3-Elite-Status. Und zwar gibst du die MT5-ID hier ein, MT5-ID für Bluepower-Template V3. Das habe ich schon gemacht, deswegen funktioniert das auch bei mir schon. So, und wenn es soweit ist, dann startest du XM. Das mache ich jetzt hier gerne nochmal für dich. Aber wichtig ist, nachdem du den Ordner reingekopiert hast, musst du XM halt neu starten. Damit der das überhaupt laden kann, so. Dann, wenn du den Chart hast, der sieht wahrscheinlich dann bei dir so aus. Noch so nackt. Dann drückst du Rechtsklick. Vorlagen. Bluepower V3.1 Elite-Template. Voila, jetzt kann es losgehen mit Geld verdienen. Und hier haben wir das aktuelle V3.1-Signal. Manchmal erscheint der Trendkanal nicht. Hierzu aktualisiere bitte den Timeframe hier. Die Periodizität. Wenn du dann einmal auf M5 switchst zum Beispiel, dann aktualisieren sich alle Indikatoren und dann ist alles da. Ja, ich hoffe, das Video hat ein wenig geholfen. Wenn du auch den V3 Elite-Status und das Template benutzen möchtest, dann erfahre unter www.traden.eu-v3, wie du es erhalten kannst. Auf der Seite findest du das aktuelle Angebot. Einen netten Trailer, den solltest du dir mal ansehen. Und du bekommst das Template zum Beispiel über eine Brokeranmeldung bei Finmax. Die bieten weiterhin binäre Optionen an, auch nach dem ESMA-Verbot. Außerdem bieten die auch CFDs an. Ich trade mit Finmax. Wenn du das Template erhalten möchtest über eine kostenlose Brokeranmeldung bei Finmax, dann klickst du hier auf Weiter mit Finmax. Dann ist Schritt 1, dass du dich hier anmeldest bei Finmax in diesem Formular. Dann musst du eine Ersteinzahlung von mindestens 250 Dollar leisten. Und dann wirst du automatisch in diesem Forum freigeschaltet und kannst dann das Template herunterladen. Wenn irgendwas dann nicht geklappt hat, dann schreibst du mir deine Finmax-ID an supportatrain.eu und dann schalte ich dich manuell frei. Viel Spaß und bis zum nächsten Video.